Du kannst mich verarschen. Was machst du denn? Passt das so? Mitte. Okay, Mitte von dem Ding. Hier ist es. Ja, will schon passen. Und jetzt muss ich... ...zurück und dann dahin springen. Oh, ist das... ist das tricky! Wenn die sich ausdenken. Die haben doch alle keine Hobbys. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler. Ein fetter Adler. Was soll das jetzt heißen? So, und jetzt da hin... Bam! Ich bin so ein Killer! Wer ist der Pro? Ich bin der Pro. Na komm Fahrstuhl! Feiner Fahrstuhl. Ja, fein. Hast du fein gemacht? Ja, feiner Fahrstuhl! Ja, bist du ein feiner Fahrstuhl! Komplett schneller! Los! Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Ich glaube ich will gar nicht erstmal von dem Reh erzählst du. Tut mir leid Schnucki, aber ich glaube das wird nicht so, weißt du. Das sieht aus wie so Teleporter schon wieder. Okay, pass auf. Erstmal Analyse. Was wird denn das? Ach du, das ist doch... Ja, 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 ja. Äh... Aber ich liebe es. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Ich liebe es! Nein! Oh fuck! Toll! Ich will aber weiterspringen mal höher. Scheiße. Na, komm mal noch höher. Hey, kann ich da nicht drüber laufen? Nein! Das sollte nicht passieren. Was... Brauch ich denn? Nein. Hä? Muss ich das irgendwie wieder brechen oder was? Geht das dann... Oh, ich kann nicht durchgehen, ach so. Ich guck mal kurz. Ich muss den Wiffel wahrscheinlich schon noch holen. Und irgendwas aktivieren, aber... Ach, ich... Ah, ich vermute... Was vermute ich eigentlich? Ich guck einfach mal. Nein, nicht hauen! Bitte nicht hauen! Bitte nicht hauen! Bitte nicht hauen! So... Jump! Oh, als ob ich noch höher muss. Na gut, dann neben da hin. Einfach ganz... Einfach, einfach... Du so Top of the Floor. Und hier ist wieder diese scheiß Anhöhe. Soll ich jetzt mal hier rein? Und dann... Ah, ja, ja, ja... Komm! Weiter! Komm! Lass! Ah, ja! Super! Stopp! Tipptopp! Ja, und jetzt? Flup! Ja, was mach ich jetzt mit dem Würfel? Ich geh mal springen! Ui! So, unterbrech ich das mal! Guck, was passiert! Ja, jetzt geht das runter! Ja, toll! Wot... Wot bringt mir das jetzt? Ja, das weiß ich nicht! Hä? 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 Huch! Ich will... Aua! Einfach mal da jetzt hinschießen und gucken, wo ich hinfliege. Ich bin nicht sehr weit, aber das hab ich mir gedacht. Ja, aber... Wot is'n da oben? Da ist irgendwas! Da! Ah, wie krieg ich das aktiviert? Ich geh mal kurz da hin! Guck mal! Ach, die schießen! Ach, die schießen! Ach, so ist das! Ja, und das sagt ihr mir erst jetzt! Ja, da kommt da so ne Scheiße! Die kommt dann zu mir hier! Aber ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass ich den Laser... ...da hin steuern muss! Ne! Ach, da ist ne... Oh! Boah, das ist ja voll tricky hier! Mensch, Mensch! Ich will nicht wissen, wie die späteren Level noch werden, ey! Aber wie komm ich ihm... ...da hin? Wie? Sag mir, Mama! Bitte, Mama! Okay, pass auf! Der Wiffel da muss weg! Germanimo! Ach ja, ach nee, ach ja, ach nee! Ich will nicht! Nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich kann einfach hier runterspringen! Ich bin doch ein blöder Sack, bin ich, ey! So blöd bin ich! So... Und jetzt muss ich... Was hab ich da oben für den Einzelplaus? Okay. Ach nee, ach nee, äh, hä? Äh, hä? Ja, von wegen Laser weiter... Ach so, warte, warte. Ah, und dann... Ah, ich hab's gecheckt. Jetzt hab ich's raus! Ich hab's! Mama, guck mal! Mama, guck mal! Guck mal mal, ich... Ach nee! Hä? Ich muss mit dem Würfel da oben hin! Ja, wie krieg ich den denn da hin? Warte mal, warte, ich muss noch mal kurz gucken gehen! Ey! Unterbricht das gefälligst! Lass mich durch! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Boah! Alter! Willst du mich verarschen? Hä? Was soll das? Was, was, was soll das? Das finde ich okay von dir, ey! Das geht nicht! Okay, pass auf! Jetzt muss ich... erstmal hier hin... und die Schosen mal nach unten kriegen. So... Der muss jetzt... das nach da leiten und den muss ich mitnehmen. Ja, aber... Jetzt komm ich ja nicht mehr... Ach doch, klar komm ich jetzt da hoch! Ich bin so... unglaublich schlau bin ich! Ich bin so schlau! Das glaubt ihr gar nicht! Na, jetzt mal hier, zack! Zack! Ja! Toll! Ach, ah! So läuft das! Test bestanden! Halleluja! Ich habe heute kein Reh gesehen! Aber Menschen... Halleluja! Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte als ich brauche! Ja, da war ja... Och, guck mal... Eins machen wir noch! Da muss ich aber auch schon wieder aufhören! Ich muss mich noch um andere Sachen kümmern! Äh, komm, hat der erste Schuttag angefangen schon mal voll im Stress hier! Das... 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 geht eigentlich nicht! Aber naja, was soll ich machen, ne? Das ist echt... echt scheiß ist das! Na komm, zieh mal durch! Hop-hop! Tip-top! Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber! Ich fühl' Haare brennen! Ich fühl' Haare anbrennen! Okay, mal... okay, ich geh erstmal durch jetzt da rüber. Hä? Oh, wir sind da! Da war ne Nudel! Ne, da war's ein Roboter! So, ich... ach, das Ding wird auch weitergeleitet! Achso! So, was passiert denn jetzt? Jetzt fällt da ein Würfel ins Wasser. Toll! Was bringt mir nen Würfel im Wasser? Hä? Was bringt mir das? Brauch ich überhaupt nen Würfel? Ja, da hinten ist ne Plattform, ich brauch auch nen Würfel! Wie krieg ich den Würfel denn jetzt von... da? Warte mal... Wie komm ich denn da rein? Ah, mit der Bock! Ah, mit der Bock! Was? Okay, tot! Aber immerhin weiß ich jetzt, wie es geht! Das ist schonmal gut! Ja, ja! Hä? Wieso werde ich denn jetzt hier resettet? Ne, wenn ich das jetzt mache, dann fall' ich runter! Okay... Okay... Ach ne, jetzt muss ich wieder da hinten rüber! Ja, das war ein Schlauch! Scheiße! Danke! So... So komm ich schonmal dahin! Wie komm ich jetzt da hin? Das ist die nächste Frage! Wie soll das jetzt gehen? Ach doch, klar! So... Ach, und jetzt soll ich... Ich kann doch jetzt keine Portale schießen, aber ich kann doch einfach hier hingehen! Manchmal bin ich schon echt bisschen blöd! So, passt das? Ja! So, dann geh ich mal dahin! Ja gut, das war ja jetzt... Einigermaßen einfach! Oder ich hab's einfach raus mittlerweile! So, hier komm ich jetzt wieder da drauf! Das war jetzt was! Machen wir mal! So, ja! So, und jetzt muss ich wieder da hinten hin! Na, dann machen wir das doch mal! So, jetzt ist die Tür auf! Gut, du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute! Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert! Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Hm? Dachtest du Haie? Falsch! Die richtige Antwort heißt... Niemand! Niemand außer dir ist so sinnlos grausam! Boah, die ist voll gemein! Ich mag die nicht! Die ist kacke! Die finde ich blöd! Die ist genauso wie meine Mama! Scheiße und empärmlich! Hm, ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare! Wenn du sterbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus! So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unverteilhaften Knochenbau vermeidet! Schön! Ja, also das ist eben auch noch Spaß, ne? Nichts falsches denken hier! So, aber wir machen jetzt die Feierabend und speichere ich das mal gerne! So, jawoll! So, machen wir mal im Hauptmenü! Nun gut, Leute! Das war ja jetzt ne anstrengende Nummer! Ich würd sagen, ich mach einfach jetzt hier mal nen Cut! Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich sage Tschüssikowski!